so meine Damen und Herren willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von natürlich meines Wort hier bei World of Warships ja ewig nicht mehr gespielt aus irgendeinem Grund jetzt wird die Musik okay und ich hab schon die Musik besucht hier war auch so zum Beispiel jetzt erst mal möglich hinsetzen langen langes her dass wir in Krieg gezogen sind und jetzt sind wir endlich wieder soweit und gehen hier zu den Schiffen sind auf den Schiffen unterwegs auf die Schiffen machen im Baunischen es kommt Schiff und müssen uns erstmal hier einarbeiten wieder wenn wir so arbeiten oder reinschießen ist es ja eigentlich alter die brauchen lange lange zum nachladen ich hoffe mal ich treffe jetzt irgendwann mal aber sieben Kilometer um es ist ziemlich weit sieben Kilometer also wenn ich hier so ziemlich knapp schließe treffe ich dann mal oh die direkt vor mir müsst ihr auch mal aufpassen da kommen sie natürlich jetzt an und die werden wir nicht treffen um ein ganz knapp wir gehen auf die AP wir gehen auf die Panzer durchbringend sind die AP die Panzer durchbringend die H1 die Feuerdinger glaube ich so komm jetzt geht's los so jetzt hast du Menzi zu den alten Trauben gemacht ich wurde entdeckt das hätte ich jetzt nie gedacht nachdem so oft wie lange ich schon entdeckt wurde ich bin schon ein paar mal entdeckt worden oder eigene Basis wird schon erobert das ist natürlich bitter Torpedos voraus ach scheiße ja da kann ich mich jetzt nicht mehr retten was was ich habe mich sofort zerstört das ist natürlich sehr sehr bitter so zunächst so ne jetzt mal mit der Samson Samson keine Ahnung ein USA Kreuz unterwegs wir hoffen natürlich neue Map neues Glück unser anderes Schiff ist leider untergegangen gesamte Besatzung von 100 Leuten 100 Zehnen haben leider den Tod gefunden auf dem Meeresgrund der Kälte nennen wir es mal so Samson jetzt sieht es schon im Gegensatz das andere Schiff sieht es schon recht modern aus obwohl es auch erst eins der zweiten Klasse oh Flugzeug auch eins erst der zweiten Klasse ist das ist jetzt auch jetzt was anderes als vor uns das ist jetzt äh wie ist das gleich Robert Herrschaft genau an das andere war geworden ich hab's seit ewig nicht mehr gezeigt ich bin jetzt in der Konsolenzocker anlandung geworden ist es traurig aber wahr ich werde zum Konsolenzocker wir haben ja heute gedacht ich muss man den PC mal wieder ranwerfen war es aber auch wieder davor den auszumachen dann habe ich nochmal neu gestartet statt auszumachen ein bisschen kommen doch mal wieder was hab ich denn hier alles an Sachen dran also ihr habt Torpetus ok ne wie geht die Waffen über das wird nichts das wird doch was geil ich hab trotzdem oh da sind zwei da sind natürlich zwei kann ich beide fast treffen ne uh uh scheiß die werden die Links treffen knapp daneben ist auch oh da sind drei ich bin hier nicht sicher vor allem weil ich auch so gut wie alleine bin die sind knapp daneben gehen wir mal auf den hier über fünf Kilometer das ist natürlich nicht gerade weit eroberung unterstützt oh wir haben was erobert abbremsen abbremsen ich weiß ja nicht mal was T und Y ist da weiß ich finde ich sogar die perspektive sogar besser wenn man vom weiten schießt rt y hier alles an ich hoffe dass ich repariert werde irgendwie anscheinend nicht ach so ich habe ja jetzt mehr speed habe ich drauf kann ich vielleicht teilweise besser ab abweichen genau ausweichen so abbremsen beschleunigen wir wollen nicht auf den grund des meeres enden leute ewig nicht mehr gespielt aber ich glaube mal für die ersten zwei runden geht das doch schon mal wieder das mal hier ein paar minütchen gezockt haben viel war es nicht kann man nicht sagen dass es viel war kann ich auch ungefähr die zeit sagen wir gehen nochmal zurück zum hafen schon mal in der zeit gucken wir ob vielleicht die andere runde in der zeit schon vorbei ist sind ist genau mein handy hat wieder gebritt 37 naja 6 minuten war es fast die letzte runde Niederlage hab ein paar punkte fast bekommen und dann sehen wir uns nächstes mal mit der st louis dann mit der san california dann norweg unter v25 den habe ich schon freigeschalten dann haben wir die dresden die black swan und die chang und die bugle 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 ihr wisst schon was ich meine glaube ich ihr könnt das besser aussprechen als ich also nächstes mal zwei amys st louis und san california aber ich sage bis zum nächsten mal sektoren zu Wort tschau tschau tschau